Herzlich willkommen zu einem Tool, das Sie in Xing sicher schon vermisst haben. Wenn Sie in Xing schon mal all Ihre Kontakte mit einer Nachricht informieren wollten, dann haben Sie sich wahrscheinlich schon mal eine Newsletter-Funktion gewünscht. Eine Funktion, mit der Sie auf Knopfdruck, also zeitsparend, alle oder einen ausgewählten Teil Ihrer Kontakte anschreiben können. Denn die Pflege eines Kontaktnetzwerkes ist, wie Sie sicher wissen, enorm wichtig. Leider gibt es aber diese Funktion direkt in Xing nicht. Und dieses Manko gleichen Sie jetzt mit dem News Express Boy aus. Ein Tool, das Ihnen hilft, mit all Ihren Kontakten auch wirklich in Kontakt zu bleiben. Wie einfach und Zeit sparen Sie Ihre Kontakte in Xing mit dem News Express Boy anschreiben können, zeige ich Ihnen jetzt an einem praktischen Beispiel. Zuerst wählen Sie hier auf dieser Seite aus, welche Kontakte Sie anschreiben wollen. Sie können entweder all Ihre Kontakte anschreiben oder nur einen ausgewählten Teil. Das ist übrigens einer der besonderen Vorteile vom News Express Boy. Sie können beispielsweise zielgruppengenau nur die Kontakte auslesen und anschreiben, die Sie in Xing mit einem sogenannten Tag, also einem Kennzeichen, versehen haben. Das vermeidet Streuverluste und auch das unnötige Belästigen mit Nachrichten. Genauso können Sie mit dem News Express Boy auch die Mitglieder der Gruppen auslesen, die Sie entweder moderieren oder in denen Sie einfach nur Mitglied sind. Auch hier können Sie jeweils entscheiden, ob Sie alle Gruppenmitglieder auslesen oder die Anzahl mit einer Eingabe in diesem Feld begrenzen. Der News Express Boy liest auch die Liste der Teilnehmer von Events aus. Dabei können Sie hier auswählen, welche Teilnehmer des Events ausgelesen werden sollen. Die, die schon gesagt haben, dass sie teilnehmen, die, die bisher nur mit einem eventuell geantwortet haben oder all die Kontakte, die noch gar nicht auf Ihre Event-Einladung reagiert haben. Mit dem News Express Boy können Sie aber nicht nur eigene Kontakte auslesen und per Nachricht anschreiben lassen, sondern auch Zielgruppenkontakte, mit denen Sie selbst in Xing noch nicht verbunden sind. Dazu wählen Sie in Xing mit der erweiterten Suche die Kontakte und die Zielgruppe aus, die zu Ihnen passt und die Sie mit dem News Express Boy anschreiben wollen. Jede Selektion aus der erweiterten Suche in Xing können Sie nämlich mit dem News Express Boy auslesen. Und wenn Sie mal mehr als 300 Treffer in der erweiterten Suche haben, dann können Sie mit einem Klick in dieses Kästchen den News Express Boy anweisen, beim Auslesen der Kontakte aus der Trefferliste auch diejenigen auszulesen, die in der Trefferliste nicht angezeigt werden. Allein diese Funktion spart Ihnen enorm Zeit. Bei der Nutzung des News Express Boys für fremde Kontakte berücksichtigen Sie bitte die in Xing geltenden Regeln für die Vermeidung von Spam. So müssen Ihre Nachrichten einen klaren Bezug zum Profil der angeschriebenen Person haben, für diese relevant sein und mit einer persönlichen Anrede versehen werden. Aber auch hier hilft Ihnen der News Express Boy. Wenn Sie jetzt im ersten Schritt die gewünschten Kontakte ausgewählt und ausgelesen haben, geben Sie im zweiten Schritt in diesem Fenster hier in der Mitte den gewünschten Nachrichtentext und eine aussagekräftige Betreffzeile ein. Diesen Nachrichtentext versehen Sie jetzt noch mit einem sogenannten Anredeplatzhalter. Dazu klicken Sie hier auf diesen Button, wählen eine passende Anredevariante aus und fügen mit einem Klick die dazu passenden Platzhalter in den Nachrichtentext ein. Später beim Versenden der eigentlichen Nachrichten wird an der Stelle des Platzhalters automatisch vom News Express Boy die richtige Anrede eingefügt. Wenn Ihr Text jetzt korrekt ist, klicken Sie hier auf diesen Button Text speichern. Und jetzt ist Ihr News Express Boy bereit für die erste Newsletter-Aktion. Übrigens können Sie hier unter diesen Reitern bis zu vier verschiedenen Texte hinterlegen, um sie für regelmäßige Aktionen immer wieder zu verwenden. Um Ihre erste Newsletter-Aktion zu starten, klicken Sie hier auf diesen Button Mail laden. Automatisch öffnet sich hier unten das Nachrichtenfenster in Xing. Die jeweilige Nachricht wird eingefügt und um die persönliche Anrede ergänzt. Wenn alles passt, versenden Sie die Nachricht mit einem Klick auf diesen grünen Button Mail senden und laden die nächste Nachricht. Das war die halbautomatische Variante hier im News Express Boy. Noch schneller, bequemer und vor allen Dingen zeitsparender geht es mit der vollautomatischen Variante. Wenn Sie auf diesen Button Alle senden klicken, verschickt Ihr News Express Boy automatisch an alle vorher ausgelesenen Kontakte die hier eingegebene Nachricht. Selbstverständlich wird dabei jede Nachricht mit einer personalisierten Anrede versehen. Wenn Sie aber nicht alle ausgelesenen Kontakte auf einmal anschreiben wollen, dann geben Sie einfach hier in diesem Feld die gewünschte Anzahl ein und klicken dann auf den Button Alle senden. Der News Express Boy wird Ihre Nachricht dann an die vorgegebene Anzahl von Kontakten versenden und zwar vollautomatisch. Damit Sie sich selbst ein Bild machen können, wie schnell das geht, habe ich hier exemplarisch mal einige Kontakte ausgelesen, von denen wir jetzt hier in diesem Video vollautomatisch mal fünf Kontakte mit dem News Express Boy anschreiben lassen. Ich klicke also auf diesen Button, um diese Newsletter-Aktion zu starten und wie Sie sehen, wird dabei jede Nachricht mit einer persönlichen Anrede versehen, automatisch abgeschickt und ohne weiteres dazutun wird die nächste Nachricht geladen, wieder personalisiert und wieder versendet. Und so versendet Ihr News Express Boy vollautomatisch die hier vorgegebene Anzahl an Nachrichten. Sie sehen, wie schnell das ging. Und damit haben Sie mit dem News Express Boy jetzt endlich die Funktion, die Sie in Xing schon immer vermisst haben. Nur so schaffen Sie es, mit Ihren Kontakten auch wirklich in Kontakt zu bleiben. Der News Express Boy hilft Ihnen aber nicht nur Zeit zu sparen, sondern auch mehr Umsatz zu generieren. Denn die über Xing verschickten personalisierten Nachrichten genießen eine höhere Aufmerksamkeit als massenhafte und personalisierte Nachrichten, zum Beispiel über Xing Event Einladungen oder Gruppen Newsletter. Wenn Sie also interessante und für Ihre Zielgruppe relevante Angebote versenden, dann haben Sie innerhalb kürzester Zeit die Investitionen an Ihren News Express Boy wieder verdient. Daher mein Tipp, bestellen Sie jetzt Ihren News Express Boy, damit Sie auch morgen noch mit Ihren Kontakten in Kontakt bleiben.